Seid herzlichst gegrüßt, meine lieben Brüder und Schwestern, zu dem Spiel Just Cause 3, da quatscht einer, Vers 35, Meckland, mechanisches Land, zweiter Teil, und zwar Sturm des Bienenstocks, da steht es, ja, und ja, man musste erst die gesamte Insel hier, also wir, das ist jetzt hier oben da, oh ja, das ist die Himmelsfestung, mit dem Flügel, das müssen wir nochmal, das ist der dritte DLC, also, das war der, hier die Gegend ist der dritte Akt, das war der erste wahrscheinlich, Wahnsinn, da unten haben wir angefangen, dann der zweite, das ist der DLC Seeräuber, den haben wir schon, das ist der Bossfight von der Hauptstory, mit dem Krater, und das hier ist jetzt die Meckland, mechanisches Land, also wo diese Roboter, riesen Kampfroboter kann man da auch klauen, Rebellenabwurf, kriegt man die dann, Fahrzeug, Meck, da schon her, habe ich jetzt schon, dass die Geräte hier ganz enorm sind, und man muss erst diese, alle Provinzen hier, also alles befreien, das kann ein bisschen dauern, und dann erst kann man hier die Hauptstory weitermachen, machen wir jetzt auch gleich mal, weil wir das fertig haben wollen, ich will sie heute noch den Weihnachtskuchen backen, da, oh wow wow, hallo, oh ne, mhm, 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 hola, da ist was los, schwarze Hand, das sage ich jetzt mal nichts, Rotindle, es gibt Rotindle und schwarze Hand, recht viel mehr sage ich jetzt nicht, weil sonst kommt wieder einer, schwarze Hand, das ist ein geschützter Markenname, Freunde, dürfen die gar nicht sagen, ich erkläre es jetzt nicht, aber, ja, nichts Schlimmes, aber, trotzdem, und schimpft wieder einer, es geht um eine enorm wichtige Waffentechnologie in irgendeinem Leben, Drohnen, ah ja, 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 schwarze Hand, gut, Eieiei, gut, oh, hoffentlich ist mein Kaffee schon abgekühlt, holla, da ist ne Flotte, schau her, zwei Flotte, mehr Frontenkrieg, oh, Bienenschock, und drittens und viertens, wir liegen alles, ja, das war klar, das hätte er jetzt gar nicht sagen, Riko, Riko, Wahnsinn, da haben es jetzt gespart, ja, das ist jetzt nur noch Comic, keine, keine Dings, Entschuldigung, Oh, au, au, au. Au, nee. Na, das machen wir. Oh, weia. Reichen. Reichen. Reichen haben wir jetzt. And now. Verstärken. 1 von 20. Wie soll ich denn das machen? Muss ich jetzt hier verstärken, also die umhauen, oder? Die umhauen, rechts oben. Seht irgendwas? 27 von 20. And now. Ah, da hinten, oder? Sonst ist da nichts mehr. Oder? Oh, oh, oh. Da ist sie im Gang, ey. Verstärken. Au. Hoppla, da ist ein Böser. Ich habe jetzt keine Granaten mehr. Ja, und ja, wieso habe ich keine Granaten mehr? Ach, komm. Nicht, dass wieder einer anruft. Ich habe einen Tra... Uch. Trainer. Weil ich will Weihnachten noch den Kuchen backen können. Da schießt einer. Oh, nee. Muss ich wieder auf die Maus gehen? Geht nicht. Ach, komm. Ich muss die umhauen, oder? Au. Die Gefangenen verstärken sich nicht. Wo ist denn jetzt? Wo soll ich denn machen? Einen haben wir schon, oder? Ja, die gehauen ab, ey. Hallo. Jetzt, ey. Ich muss immer alles umhauen, ey, oder? Ich sehe nichts mehr. Komm. Wo ist der andere? 13,20 steht rechts oben. Ja, komm halt, Mensch. 14,20. Entschuldigung, ich bin wie immer erkältet. Geht nicht anders. Wo jetzt hin? Wo denn jetzt hin? Oh, da hinten ist noch einer. Komm. Wo war ja die Gefangenen verstärken. Da ist es einer. Muss ich ihn da haben? Da ist es einer. Komm. Den. Die jetzt rüber. Oh, nee. Die jetzt rüber. Da komme ich nicht hin. Hä? Ah, bitte. Genau. Wo soll ich denn da? 16, ich muss die noch... Wie komme ich denn da hin? Da hin. Der sagt, ein Rückstoß für das Ding. Das tut mir leid. Häng. Einer weg. 17. Äh, äh, äh. Aua. Au, das tut aua. Jetzt muss ich wieder auf die Maus wechseln. Komm. Sonst bin ich gegen hier halt nicht mehr runter. Besonder. 18. Na komm. 19. Wo ist der letzte? Maus weg. Wo ist denn da andere? Einer. Na bitte. Da ist das. Was ist denn da noch? Da blinkt's. Ist das jetzt aber nicht der, oder? Nee. Nee, der ist kaputt. Wo ist denn da noch einer? Verdammte. Hacke. Da oben noch, oder wo? Wo sind denn meine Kollegen da vorne, oder wo? Nee. Wo sind denn die Kollegen? Da, da. Schnell, wir brauchen hier Unterstützung. Ah, ja. Ich bin schon am Wege. Na komm. Reichen. Du, da ist keiner. Das sieht nicht gut aus. Oh, oh. Reichen, oder? Muss ich jetzt da reingehen? Und jetzt im Fahrzeug steigen, oder? Muss ich im Fahrzeug steigen? Wo warte. Und genau. Alle umfahren, oder wie? Und um... Mit dem im Auto bleiben, oder? Du musst ihn beschützen, oder wie? Und umfahren. Oder schießt der, schießt er auch, oder? Komm. Gut. Jetzt muss er da drin bleiben, oder? Und die um... Über den Haufen... Weibing... Und dergleichen. Die Innenstation... Jagen wir diese Bastardos von Lachrima! Zöge jetzt. Oh, nicht, dass ich einen Kollegen... Umfahre. Da ist einer, komm her. Die wird da drin bleiben, oder? Da ist es einer. Ja, komm. Hey, hey. Komm. Nicht, dass ich einen Kollegen... Da ist einer, den vorn hängt an die Wand. Entschuldige. Ja, ist nicht ganz sauber, aber gut. Was heißt sauber? Hier ist nix sauber in dem Spiel. Da sind die... Hoppla. Da nimmt... Oh, ne. Jetzt kommt er nicht mehr raus. Da ist die Kruse. Au, jetzt hab ich ihn gerückt. Ja. Muss man mehrmals drüber fahren. Ja, Entschuldigung. Das ist nicht sehr fein, was ich hier mache. Da oben sind auch noch welche. Da ist einer. Benk. Bitch. Oh, ne. Da sind viele. Da ist einer. Benk. Da ist einer. Da war einer. Da drüben sind eine Ecke. Oh, ne. Kann bis jetzt, mache ich mal Pause. Das hält keine. Hält keine aus, ja. Kaffee-Pau-Pause. Entschuldigung. Eben Station Schalk, Schalk 04, oder wie heißt der? Der hat den Schalk im Nacken. Wo ist einer? Da ist einer. Da, komm her. Da, komm her. Da, komm her. Häng, an die Wand gefahren. Der lebt noch. Entschuldige. Ja, es ist ein bisschen, bisschen, gut, brutal, aber, na gut, da ist einer. Ja, es ist, wenn wir es, aber wir sind in einem Spiel, Freunde. Ja, gerne, wo denn? Wo denn? Müssen wir jetzt, wo denn? Hä? Weiß keiner. Nur warten, bis ein Einsatzbefehl. Rico, Ivan hier, wir sind am Hafen in Position. Von uns aus, ganz losgehen. Am Hafen. Ich bin unterwegs. Ja. Feuer frei. So, am Hafen. Hafen. So, wir haben es aber schon halb oben der Scheibenwischung. Also, wir sind jetzt die Orangen, oder? Die Blauen gibt es nicht. Hier gibt es keine Blauen, oder? Hier gibt es die Orange, bin ich, und Rot ist der feindliche Feind aus dem Feind. Rico, wir sind am Hafen. Wo sind Sie? Hier. Reifig. Bang. Perfektes Timing, Rico. Hohen Sie uns. Huch. 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 Ivan. Okay, feuern weiter. Mit dem Ivan beschützen. Ivan. Komm her. Wo ist er denn? Da ist er. Ivan. Beschützen. Was macht der? Alle umhauen, oder? Bang. Ich habe keine Granaten mehr, komischerweise. Einfach mal draufschießen. Müssen wir die Füße wegschießen, oder wie? Nee. Ja, doch. Letze. Ah, einen Fuß hat er noch. Au, au, au. Au, au, jetzt kommen alle. Oh, nee. Jetzt kommen alle hier. So. Einfach mal ein bisschen schießen. Gut, da kann man jetzt. Schlaus, komm halt. Aha. Den auch noch, komm. Geh weg. Na? Ja, hab ich den jetzt. Den da noch. Ja. Wir haben's. Ja, Lackrima. Träne. Ja, ja, Lackrima heißt Träne. Italiano. Das ist eine Träne, oder? Da, schau her. Können Sie uns vielleicht helfen? Na, hallo. Ja, können. Können. Kann nicht viel. Gut. Gehen wir da hin. Oh. Hier ist was los. Ei, ei, ei. Hey Rico, wir werden beschossen. Kommt hierher, stell. Ja, ja. Nein. Kommt hierher. Jetzt, äh. So, Kontrollverkauf. Uh. Oh, nee. Nein, wir gehen da nicht mehr rein. Nur mit erst mal die... Uah. Schau, aber. Ja, komm. Den auch. Davon. Uah. Na, 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 na. Bang. Den da? Ist das ein Böser? Weiß man nicht. Ist das ein Böser, oder? Uh, ja. Au. Nicht passen wir mit dem Kollegen. Verschieße. Du Böser. Ähm. Ja. Kann ein bisschen... Dauern. Man könnte auch das im G-Ne. Huch. Torjo, den muss ich beschützen. Komm. Au. Der ist in die Luft gesprengt. Oh, nee. Der ist kaputt. Oh, nee. In die Reifen schießen. Komm her. Oh, mein. Panzer. Oh, nee. Oh, nee. Kann man da nicht reingehen? Im Fahrzeug steigen. Peng. Und jetzt kann ich aussteigen. War das ein Böser? Nee, ich muss schießen. Ah, nee. Aber der ist jetzt erobert, oder? Oh, nee. Ah, da ist der Kollege. Ja. Komm halt. Ja, kümlich den halt rum. Oh, da stehen alle. Muss man da jetzt keinen mehr befreien? Wir schaffen es. Nichts kann uns vom Bienenstock fernhalten. Oh. Hey, Rico. Wir treffen uns am Bienenstock. Bringen wir die Sache zu Ende. Oh, weia. Jetzt geht es noch weiter, oder wie? Oh, nee. Mhm. Das ist da oben die Haupt-Dings da. Mhm. Huch, da schießt einer. Auf mich. Du Böser. Gleich, gleich geht es weiter. Verschließt einer. Holvisions. Eva. Oh, Eva. Mg-Schütze, da. Mg-Schütze, da. Oh, nee. Eva beschützen. Oh, ne. Ach, das sind all Kollegen. Jetzt habe ich auf die Kollegen geschossen. Unangenehm. Die sind aber kugelsicher, oder? Sind die kugelsicher? Die Kollegen. Ah, nee. Da. Komm. Ja, Entschuldige. Es tut mir leid, aber ich spiele nur noch mit Trainer hier. Weil sonst. Sonst bräuchten wir hier für 5 Meter 3 Jahre. Und dann ist es auch wieder Krise. Kannst du dir auch vorstellen. Hoppla. Oh, nee. Wissen die Eva? 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 Oh, nee. Oh, komm. Komm. Ah, komm. Die, die, die. Ah, das sind aber viele diese. Sag mal. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Die, die stehen noch. Ja, komm jetzt. Oh, nee. Da mag ich mir noch. Oh, nee. Mit dem Gamepad lenken und mit der Maus zielen. Geht auch tatsächlich. Wo ist denn die Eva? Da hinten. Na? referent offen also Flugabwehr Muss ich jetzt da rauf Kann man da nicht reinsteigen Quasi Blut auf die Füße schießen Wobei, kann man die nicht rechnen Oder so irgendwie Oh ne, Flugabwehr Die beiden haben Hawaii Oh komm Ja, schießt auf mich Ja Flugabwehr Schauen aber schick aus, die Kollegen hier Oh ne, was ist denn da hinten Worte Ja 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 Es tut mir leid Da würde ich hier Da wäre ich jetzt schon 10.000 mal tot Ist klar, aber 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 du kannst dir ja vorstellen Wie es Kann man den nicht hacken Ich will den hacken Komm Geht der nicht zu hacken Huch Nein, was halt ist da Darf natürlich nicht draufstehen Oh komm Wie soll man die Wie hätte man die Da hätte ich mir jetzt so einen Mech organisieren müssen Mit einem Rebellenabwurf Verstehst du wahrscheinlich, oder Und dann hätte ich da mit so einem Mech drauf gehen müssen, oder Ja Na gut Oh ne Jetzt kommen wir nicht Und das ist es Oh komm Da muss ich jetzt zur E-V Oder E-V Ach Aktivieren Oh Da schießt immer noch einer Einer Entfernen Entfernen Wir entfernen das Mit Der Kanone Kann man das entfernen Geht nicht Entfernen Oh weia Da muss ich jetzt so ein Ding kapern, oder? So ein Mech kapern Wo ist einer? Kann man den kapern? Fahrzeug bestehen Au! Jetzt nicht steigen Einsteigen Komm Oh Gute Nöööööö Dann muss man den umhauen, oder? Ich mach mal schüssen Das ist sogar böse, oder? Was schüssen wir da rum? Geht der nicht zum Doppel Tal? Ä akl Sah doch mich Schau dich Das ist einer Und jetzt, wie soll man jetzt, ich habe keine Kanone, äh, keine Handgranaten. Also, muss ich das warte, das anders, wie soll ich das entfernen? Mit so einem, habe ich noch so einen komischen Sprengsatz, warte. Und jetzt. Ne, wie, wie geht das, weiß keiner. Äh, wie, wie sprengt man die? Wie sprengt man die? Mit linker Bumper, oder? Warte. Ne, linker Trigger. Entfernen. Rechter Bumper. Gedrückt halten. Also, rechts, oder? Geht auch nicht. Oh, bitte. Wie soll ich jetzt das machen? Geht nicht. Aber komm, muss ich jetzt da drauf. Jetzt. Ah, tatsächlich. Oder? Ist der kaputt? Der ist kaputt. Okay. Äh, das da. Komm. Fünf Stück draufhauen. Und dann. Und dann, äh, welcher Taste? Jetzt wieder, oder? Oder? Entschuldigung. Glaub ich es hin? Da kommt die Eva, da schau her. Eva lebt noch. Muss ich die, oder auch nicht? Hallo, Eva. Wie lange spiele ich schon? Weiß keiner. Eva zieht da den Ding mit sich mit dir. Schleift das Ding mit. Den Hof betreten, na, das machen wir. Aha. Sollen wir vielleicht einfach an der Tür klingeln? Ja, das ist eine gute Idee. Hallo, Eva. Ah, da kommen Sie wieder. In den Hinterhalts. Oh, ein Hinterhalt. Damit hatte ich nicht gerechnet. Okay. Ist da drin nix? Irgendwie? Hier drin? Nee. Gut. Kann jetzt ein bisschen dauern. Na komm. Au. Nicht auf den Kollegen schießen. Da oben. Komm, ich nur klinge. Da ist einer. Da ist einer. Ja, komm, heute. Warte. Bang. Noch ein Hinterhalt. Da ist einer. Huch. Jetzt nicht mehr. Ah, da müssen wir kaputt haben, oder? Muss ich das kaputt haben? Chaos-Objekt, oder? Uh, jetzt müssen wir da aufgehen. Ah, da kommen noch mehr. Komm, mehr. Ah, Entschuldigung. Entschuldigung. Komm, komm. Wir brauchen eine Menge Strom, um die Tür zu verriegeln. Komm, roll. Wo ist der Generator? Achso, ich muss jetzt Generatoren kaputt haben, oder? Watte? Zerstören, genau. Da ist einer. Komm. Wer braucht schon einen Schlosser? Hm. Und jetzt? Ist aber ein schicker Hof hier. Hallo. Sehr schön. And now? What happens now? Oh, da rein jetzt, oder? Waffen. Den Empfangsbereich. Oh, da bin ich mal gespannt. Hier ist es dunkel, Freunde. Oh, oh, oh. Oh, nee. Jetzt kann ich drei Jahre. Geht das noch drei Jahre, oder wie? Auf, nehmen wir das mal. Nehmen wir das mal. Ah, das ist wieder so. Ah, ja. Die hat mal Spiele programmiert. Ich glaub's. Glaub's jetzt nicht. Hoffentlich geht das jetzt nicht noch drei Jahre, weil jetzt muss man Pause machen, Freunde. Bitte warten Sie im Empfangsbereich. Ein Kundenbetreuer der Eden Corporation wird in Kürze bei Ihnen sein. Gleich hab ich's. Verstoß festgestellt. Rot-Alarm ausgelöst. Das ist ne Falle! Den Feind... B7. Da, da. Da, Deckung. B7. Hoppla. Akkrum. Bank. Eva. Oh, oh, da ist ne Uhr. Die stimmt nicht. Okay, Sie sind drin. Mhm. Ich krieg's ihr nicht ganz auf. Schnell springen Sie rein, bevor Sie sich wieder... Ah, nee, Rotte. Ich geh alleine rein. Ihr bleibt hier. Die werden versuchen, das Gebäude zurückzuhören. Muss ich jetzt... Jetzt machen wir ein paar Hose. Freunde, jetzt muss ich ein neues Video anfangen, sonst dauert es zu lang. Okay, mach mal kurz aus. Tschüss, bis gleich. Tschüss. Tschüss.